Wir leben in einem Kreislauf des Hasses. Allianzen werden geschmiedet und gebrochen. Diese Welt zu teilen hat uns viel gekostet. Und wir haben vergessen, was uns stark macht. Schulter an Schulter! Brück geschlossen vor! Lordaeron wird uns gehören! Mein König, jetzt haben wir sie. Feuert weiter! Du hast dich geguckt! Ich bin nie in einem Kapschner. Ja! Für die Horde! Wartre! Anduin! Ah! 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 Kämpft gemeinsam für die Allianz! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR